Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe von Hirschhausen zu Haus. Wir unterbrechen aus aktuellem Anlass die Sommergespräche, denn es ist heiß. Eine Hitzewelle ist in Deutschland angekommen und deswegen möchte ich heute das zum Thema machen. Es gibt eine Pressemitteilung von meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen, von Health for Future und auch von der Allianz Klimawandel und Gesundheit, die ich euch verlinke. Und ich möchte euch zeigen, warum Hitze ein medizinischer Notfall ist. Vor einer Woche genau war ich bei der Demo von Health for Future in Aachen. Health for Future, das waren vor allen Dingen sehr engagierte Medizinstudierende, die das organisiert haben, hatten mich gefragt. Ich habe dort geredet und vor allen Dingen auch Interviews geführt mit Menschen aus dem Rettungsdienst, mit Menschen aus der Pflege und so weiter, um zu sagen, das war schon letzten Freitag der heißeste Tag. Es wird noch heißer nach vorne raus. Was sind die gesundheitlichen Folgen von Hitze? Und damit haben wir es in die Zeitung geschafft, in die WDR Lokalzeit und ihr habt das vielleicht auch bei Insta oder YouTube mitbekommen. Also es geht darum, diesen Zusammenhang in möglichst viele Köppe und Herzen reinzukriegen. Denn tatsächlich ist das zentrale Organ für die Hitzeauswirkung das Gehirn. Wir denken an die Haut, an den Schweiß. Aber warum kann der Mensch überhaupt seine Wärme so gut regulieren? Weil wir hier oben ganz schnell überhitzen. Und lange bevor wir umkippen mit Hitschlag oder Sonnenstich, haben wir schon massive Probleme im Denken. Dass es nicht besonders vorteilhaft ist, unter praller Sonne intelligente Dinge zu tun, dafür reicht ein Blick nach Mallorca. Aber tatsächlich ist es so, dass das Gehirn auch gleichzeitig die Temperaturregulation im Körper übernimmt. Das heißt, wenn das Hirn selber nicht mehr kann, dann funktioniert auch die ganze Koordination nicht mehr. Dann brechen wir zusammen. Dazu habe ich mit Professor Gunger ein sehr, sehr spannendes Interview geführt. Das kommt im nächsten Heft, Hirschhausen gesund leben. Und das zeige ich euch mal. Das nächste Heft erscheint im September, aber es ist angekündigt. Und hier seht ihr, wie mich Professor Gunger in diese Weltraumkapsel gesteckt hat. Aber aus einem guten Grund, nämlich dort kann man die Zusammensetzung der Flüssigkeiten im Körper und damit auch der Frage, wo verliert man welche, messen und erforschen. Wie ihr auf den Fotos seht, hat mich Professor Gunger auch rennen lassen. Denn erst recht, wenn wir körperlich aktiv sind, ist Hitze ein Riesenproblem. Und Hitze ist nicht nur Außentemperatur, es ist auch die Luftfeuchtigkeit, es ist auch die Windgeschwindigkeit. Und deswegen hat er dieses komische Messinstrument hier auf dem Foto in der Hand, wo er die Wet Bulb Temperature misst. Das ist nämlich das Entscheidende, nämlich nicht nur die Frage Temperatur, sondern die Zusammenwirkung von diesen physikalischen Größen. Das ist das, was uns Menschen belastet. Das Problem ist ja nicht ganz neu. 2003 gab es schon einmal so eine Hitzewelle in ganz Europa. Da sind 70.000 Menschen gestorben. Was haben wir daraus gelernt? Wie ihr in dem Beitrag von Sven Plöger hören könnt, sind Hitzewellen viel bedrohlicher als die Dinge, vor denen wir öfter Angst haben. Wir fürchten, dass Wetter uns mit dem Blitz erschlägt. Das ist viel, viel seltener als die viel bedrohlichere, aber unsichtbare Gefahr der Hitzewelle. Und auch 2018, 2019 gab es in Deutschland viele hundert Hitzetote, aber es kam zu keinem großen Aufschrei. Das Umweltbundesamt hat 2014 schon Handlungsbedarf angemeldet. Die Bundesregierung hat 2017 die Länder wieder aufgefordert, Hitzeaktionspläne aufzustellen. Aber praktisch passiert ist herzlich wenig. Statements dazu findet ihr in den Links, zum Beispiel von Dr. Met Martin Herrmann von der Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit. Auch ein wahnsinnig engagierter Hausarzt mit einer eigenen Klimasprechstunde ist der Ralf Kroleski. Er ist Vorstand im Hausärzteverbund Nordrhein und er sagt, die Folgen sind gravierend, während Hitzewellen sterben 8-12% mehr Menschen. Es gibt sogar eine Hitze-Warn-App, ich habe mir die gerade runtergeladen, aber das kennen auch nur die Insider. Richtig bekannt ist das nicht und auch das System, wo der Wetterdienst dann die Warnung weitergibt und über die Gesundheitsämter, eben auch die Pflegeheime und die anderen Einrichtungen, für die das relevant wird, vorgewarnt werden sollen, funktioniert in Deutschland kaum. Es braucht Aufklärung, es braucht Verhaltensempfehlungen, gerade für die Risikogruppen. Und das sind auch Eltern von Säuglingen, Kleinkindern oder Betreuer in Schulen und Kindertagesstätten. Dazu sagt die Umweltmedizinerin und Public Health-Expertin Dr. Andrea Kaifi-Pechmann von der RWTA Aachen, von der Uniklinik dort, Kinder sind von der Hitze besonders betroffen. Hitze mindert unter anderem die geistige Leistungsfähigkeit. Ein gesundes Lernklima ist bei den aktuellen Temperaturen kaum möglich. Das sagt ja sogar der Volksmund, wir müssen einen kühlen Kopf behalten, daher kommt das ja auch. Hitzestress führt nicht nur zu Herz-Kreislauf oder Atemwegserkrankungen, das sind ja die naheliegenden Dinge, an die man auch denkt. Was ist mit der UV-Strahlung oder den hohen Bodenladen-Ozon-Konzentrationen? Die führen zu Muskelkrämpfen in Armen und Beinen, in Bauchkrämpfen, Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Erbrechen und erhöhten Puls. Überall stecken Hitzeeffekte und das Entgleisen der Körperregulation und der Elektrolyte der Blutsalze dahinter. Betroffen sind ältere Menschen, chronisch Kranke und deswegen überschneiden sich die Risikogruppen von Corona-Infektionen und von Hitze auch noch eine zusätzliche Belastung für das Gesundheitssystem. Ein Aspekt, der mir auch besonders wichtig ist. Wir reden über die Außentemperaturen, aber was ist mit den Innentemperaturen in Altenheimen, in Krankenhäusern? Das sind oft alte Gebäude und dort wird es innen brutal heiß, wenn es draußen heiß wird. Hohe Außentemperaturen sind ein medizinischer Notfall für Patienten, aber eben auch für die Profis, für die Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Wie soll jemand für einen Patienten da sein, wenn er selbst kurz vor dem Umkippen steht? Deshalb unterstütze ich von Herzen das Aktionsbündnis Hashtag Health4Future. Denn gegen die Klimakrise hilft keine Tablette und keine Operationen, sondern nur wirksame, gute Klimapolitik. Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Was könnt ihr tun? Klar, holt euch auf hitze2020.de die wichtigsten medizinischen Informationen, zusammengestellt von CLUG, von der Allianz Klimawandel und Gesundheit. Dazu gehören einfache Dinge, die man aber auch machen muss. Nämlich viel trinken, sich im Schatten aufhalten, schauen, wo es in der Umgebung kühlere Orte gibt. Und vor allen Dingen ganz wichtig, denkt mal kurz darüber nach, wer in eurer Umgebung gefährdet sein könnte. Das sind ältere Menschen, die alleine leben. Die vielleicht nicht genug trinken, weil ihnen das Durstgefühl abhanden geht. Das sind Diabetiker, die Probleme haben, in der Hitze auch die Regulation gut hinzukriegen und, und, und. Gerade in den letzten Hitzewellen sind Menschen gestorben und zum Teil lange unerkannt in ihren Wohnungen gewesen und verwesend. Das ist schlimm. Und deswegen an dieser Stelle auch der Blick für andere, ganz wichtig, in den Hitzenotfällen. Was aber auch wichtig ist, macht euch schlau, werdet laut, engagiert euch, wo immer es Sinn macht. Hitze ist echt heißer Scheiß. Die Klimakrise ist echt, sie ist menschengemacht, nur Menschen können was dran ändern. Die Wissenschaft ist eindeutig, es gibt Hoffnung, wenn wir handeln. Gesunde Menschen gibt es halt nur auf einer gesunden Erde. Ihr könnt unsere Arbeit auf ganz vielen Arten unterstützen. Zum einen freuen wir uns natürlich über Abos auf YouTube, auf Insta. Die Informationen auf euren Kanälen zu teilen, auch das ist gemeinnützig. Apropos ist auch gesunde Erde gesunde Menschen gemeinnützig. Das heißt, wenn ihr Geld überhabt oder jemanden kennt, der was spenden möchte, her damit. Die Kontonummer ist auf unserer Internetseite. Weitere Infos findet ihr auch beim Science Media Center. Das ist eine der besten Stellen für Wissenschaftsjournalismus. Wenn ihr dort das Stichwort Hitze eingebt, kommen viele wissenschaftliche Quellen für das, was ich euch nähergebracht habe. Also, bleibt cool. Bleibt drin, wenn es draußen zu heiß ist. Und vor allen Dingen, bleibt aufmerksam für die Nöte von Menschen in eurer Umgebung. Ich würde ja auch gerne eine Kerze für euch anzünden, aber die Kerze, die ich hier fotografiert habe, die hat sich bei Licht betrachtet auch gesagt, mir ist das hier zu heiß. Ich hau ab. Ein ernstes Zeichen, aber auch hoffentlich ein kleines Augenzwinkern nach diesem ernsten Beitrag. Und nächste Woche sind wir wieder da bei Hirschhausen zu Haus. Bis dahin, schönes Wochenende im Rahmen des Möglichen.